Eine unglaublich große Gruppe, die wir jetzt hier haben. 94 Mitstreiter haben wir hier jetzt gleich auf einmal. Endlich wird das Ding hier mal richtig voll in unserer Bühne. Die Tanzschule Bärenfänger hier aus Verzegeberg ist zu Gast und unter der Leitung von Mainz-Bärenfänger sehen wir jetzt einen Street Dance. Wie gesagt, heute die 100 Marke knacken, das hat nicht ganz hingehauen im Fasernkraft geworden, aber jetzt haben wir sie da. 94 Männer, Damen, Mädels, Jungs mit einem Street Dance Mix, die Bärenfänger. Ja, Sie müssen weiter klatschen, bis die alle drauf sind, ist klar. Das ist ein Power-Kreis. Und wo noch welche? Noch weiter machen, weiter rufen. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018